Sie pöbeln, sie hetzen, sie prügeln. Kaum noch eine normale Diskussion, weder auf der Straße noch im Netz. Die Corona-Krise spaltet die Gesellschaft. Wie gefährlich ist das für die Demokratie? Mitdenken, querdenken, umdenken. Demokratie in der Pandemie. Fakt ist, am Montag um 20.15 Uhr im Livestream und um 22.10 Uhr im MDR Fernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017